Im Mai 2018 kommt der erste gemeinsame Sohn von Anne-Marie und Wayne Carpendale auf die Welt. Minnie C., wie ihn seine Eltern öffentlich nennen, ist der ganz große Stolz des Paares. Mit Schnappschüssen wie diesen lassen die beiden ihre Fans an ihrem Familienleben mit dem kleinen Wonneproppen teilhaben, aber immer darauf bedacht, das Gesicht ihres Kindes nicht zu zeigen. Nun veröffentlicht Wayne auf Facebook ein neues Foto mit Vater Howard und seinem Söhnchen. Dazu schreibt er, wenn wir uns haben, dann haben wir alles. Minnie C. greift darauf mit seinen Patschehändchen in Opas Mund. Howard lacht ihn freudestrahlend an und die Fans sind begeistert. Solche Fotos gehen direkt ans Herz. Dein Sohn wird wohl Zahnarzt und, wofür es keine Worte gibt, es gehört jetzt schon zu einem meiner absoluten Lieblingsfotos von deinem Vater, lauten die Kommentare. Das Opa-Enkel-Foto ist einfach nur niedlich, vor allem, weil es eine absolute Seltenheit ist. Das Familienglück von Anne-Marie und Wayne scheint mit ihrem kleinen Liebling einfach perfekt zu sein.